Du möchtest Teil der TechTracks HD Community sein und dich mit Leuten austauschen, die sich auch für Multimedia, Gaming und IT-Technik interessieren? Vielleicht hast du auch ein paar Fragen oder möchtest einen Videovorschlag machen? Dann solltest du dir unseren Discord-Server mal genauer anschauen. Dort findest du eine Vielzahl an Menschen, die Teil der TechTracks HD Community sind, aber auch Bereiche für Tipps und Tricks. Den Link zu unserem Discord-Server findest du unten in der Videobeschreibung. Ja, ich grüße euch hier auf TechTracks HD zu einem neuen Video. Und ich grüße euch zu einem neuen Tech Opinion Video hier auf meinem Kanal, wobei wir heute eher sagen, es ist eine Mischung aus Tech Wissen und Tech Opinion. Worüber sprechen wir? Wir sprechen heute über die neue Fernsehtechnologie QD OLED. Ich möchte mit euch heute hier in diesem Video darüber sprechen, was ist QD OLED überhaupt und wie sehe ich die Technologie? Hat das aus meiner Sicht eine Zukunft? Ist das etwas, was möglicherweise die klassische OLED-Technik ablösen könnte oder nicht? Wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, QD OLED habe ich ja bei mir auf dem Kanal bisher nur im Tech News Format effektiv angesprochen und habe euch gesagt, Leute, da kommt eine neue Fernsehtechnologie von Samsung, welche jetzt auch Sony effektiv mit, ja quasi adaptiert hat und auf den Markt bringt. Und ich möchte jetzt hier in diesem Video mit euch erklären, was ist QD OLED überhaupt und vor allem möchte ich mit euch darüber sprechen, wie es aus meiner Sicht ist, ob man dieses Jahr vielleicht schon QD OLED Fernseher kaufen sollte, ob ich überhaupt eine Zukunft darin sehe und ob ich denke, das ist vielleicht sogar die perfekte Nachfolgertechnologie gegenüber OLED oder vielleicht auch nicht. Ja, darüber sprechen wir jetzt hier in diesem Video und ich würde sagen, ich erkläre euch zu Beginn, was ist überhaupt QD OLED? Ja, ich versuche euch jetzt hier in diesem Teil des Videos so einfach wie möglich zu erklären, was steckt hinter QD OLED. Okay, wenn wir uns jetzt den Begriff QD OLED mal anschauen, dann ist das eine Mischung aus zwei Begriffen und das QD steht in diesem Fall für Quantum Dot. OLED können wir ja, ich denke mal, ist sehr selbsterklärend. QD, Quantum Dot, haben wir schon mal gehört, kommt uns bekannt vor, aus der QLED-Ecke. QLEDs sind ja effektiv auch Quantum Dot LED Fernseher. So, und da ist es jetzt effektiv so, dass von den QLED Fernsehern diese Quantum Dot Technik genommen wird und diese mit der OLED Technik gepaart wird, zusammengeführt wird und zu einer Technologie verschmilzt. Und das ergibt dann quasi die QD OLED Technik. Was ist da jetzt genau miteinander kombiniert worden? Es ist jetzt nicht so, dass OLED Pixel mit QLED Pixeln irgendwie zusammengepresst werden. So ist es jetzt nicht. Dazu müssen wir uns effektiv die QLED Fernseher mal genauer anschauen. Jetzt versuche ich mal ganz einfach zu erklären, aus was bestehen effektiv QLED Fernseher. Also QLED Fernseher bestehen aus, wenn wir sie von der Seite uns mal betrachten, von hinten nach vorne, aus mehreren Schichten. Hauptsächlich aus einer LED-Schicht, die ist ganz hinten, das ist die Hintergrundbeleuchtung, das Backlight, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Full Array, LED-Backlight, Edge-LED-Backlight und so weiter. Das ist die Beleuchtungsschicht. So, und dann kommen noch weitere Schichten, da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Da gibt es unter anderem eine Farbschicht, eine Kontrastfilterschicht und so weiter. Und diese Farbschicht ist bei den QLED Fernsehern ja mit einer Quantum Dot Technik erweitert worden, mit so einer Quantum Dot Matrix, welche ja dann eine Farblichtfilterung durchführt, ganz grob gesagt. So, jetzt ist es so, dass wir bei den QLED Fernsehern ja das Problem, in Anführungsstrichen, haben, dass diese Hintergrundbeleuchtung ja limitiert ist. Diese kann nicht pixelgenau gesteuert werden, da die LEDs ja wesentlich größer sind, also die Hintergrund-LEDs sind wesentlich größer als die einzelnen Pixel der Pixelschicht des QLED Fernsehers. Und dadurch haben wir bei den QLED Fernsehern ja immer das Problem, dass diese nicht so kontrastreich da wiedergeben können, das Bild wie zum Beispiel ein OLED Fernseher. Was macht man jetzt an dieser Stelle bei der QD OLED Technik? Man nimmt einen QLED Fernseher, macht diese LED Hintergrundbeleuchtung einfach weg und pappt dort stattdessen ein OLED Panel dran, welches nicht aus weißen, roten, grünen und blauen Pixeln besteht, sondern aus blauen Pixeln tatsächlich. So, was bedeutet das jetzt effektiv? Also wir haben jetzt diese ganze Pixel-Farbschicht des QLED Fernsehers genommen und bekommen dann diese OLED Lichtschicht als Hintergrundbeleuchtung. Das ermöglicht dann tatsächlich an dieser Stelle eine pixelgenaue Beleuchtung der Quantum-Dot-Schicht. Dadurch, dass Quantum-Dot ja eine relativ farbstarke Darstellung ermöglicht und durch die OLED-Technik eine sehr kontrastreiche Darstellung ermöglicht wird, haben wir hier an dieser Stelle wirklich die Symbiose aus den besten beider Welten. Also quasi eine Mischung aus OLED-Fernseher und QLED-Fernseher. Das ist effektiv die Quantum-Dot-OLED-Technik. Ja, nun habe ich euch vereinfacht erklärt, was steckt denn hinter der QLED-Technik? Jetzt sollten wir mal darüber sprechen, was halte ich denn überhaupt davon, was sind so meine Ansichten, was ist meine Meinung und was ist vielleicht sogar meine Zukunftsprognose? Ja, also die QLED-Technik habe ich, oder davon das erste Mal gehört, habe ich so vor ungefähr eineinhalb Jahren ganz grob geschätzt, als es hieß, ja, Samsung möchte aus dem QLED-Markt aussteigen und wieder in den OLED-Markt einsteigen. Also wieder einsteigen, sie waren ja vor ein paar Jahren schon mal im OLED-Markt. Und dann hieß es irgendwann, ja, Samsung möchte was Neues bringen, die QLED-OLED-Fernseher. Und als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, oh nice, das ist eine ziemlich interessante Idee. Die Mischung aus beiden, das könnte was werden, ganz vorsichtig ausgesprochen. Ja, und jetzt hieß es Ende 2021 schon in der Gerüchteküche, Samsung bringt einen QLED-Fernseher 2022, obwohl wir da ja noch so ein bisschen im Fragezeichen stehen. Aber Sony bringt QLED-OLED-Fernseher im Jahr 2022. CS 2022 haben wir es dann gesehen, Sony bringt den A95K QD-OLED-Fernseher in 55 als auch 65 Zoll, so wie gibt es einige Monitore mit QD-OLED-Technik. Und da haben wir schon deutlich gesehen, wenn wir uns ein paar Vergleiche angeschaut haben, zwischen QLED, OLED und QD-OLED, dass der QD-OLED deutlich schon im Vorteil ist. Und das versprechen ja auch die Hersteller. Vor allem Sony sagt dort deutlich, ja QD-OLED ist der OLED-Technik weit überlegen. Ja, das kann ich ja persönlich jetzt nur sagen, das was ich so höre und auch so sehe durch die Medien. Selber habe ich einen QD-OLED-Fernseher zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht gesehen. Das heißt, mein finales Fazit dazu kann ich natürlich noch nicht abgeben. Aber ich kann so ein bisschen herleiten, das was ich sehe. Und da ist es tatsächlich so, dass wir bei den QD-OLED-Fernsehern erstmal eine deutlich höhere Spitzenerlichkeit erfahren werden gegenüber den OLED-Fernsehern, da diese nicht mehr darauf angewiesen sind, unterschiedliche OLED-Pixel zu beleuchten oder leuchten zu lassen, nicht zu beleuchten, leuchten zu lassen, da wir hier nur eine Farbschicht haben, also eine OLED-Farbschicht, die leuchten muss. Und das ist in diesem Fall eine blaue Schicht. Und diese ist in der Lage, ziemlich hell zu leuchten. Also eine blaue OLED ist relativ in der Lage, am hellsten zu leuchten. Und schafft es ja, sehr weiß zu werden und sehr dunkel zu werden. Und dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit, im Verhältnis zu normalen OLED-Fernsehern, welche ja aus einem WRGB-Panel bestehen, wesentlich heller zu leuchten und eine höhere HDR-Spitzenerlichkeit zu erreichen, beziehungsweise Dolby Vision-Spitzenerlichkeit. Das ist auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal klar und ist auch schon in den ersten Vergleich Videos schon zu erkennen, dass die QD OLED-Fernseher deutlich heller werden können als OLED-Fernseher. Da ist es aber auch immer ein bisschen schwierig. Bei solchen Vergleichsvideos solltet ihr ganz, ganz vorsichtig sein, wenn ihr euch sowas im Internet anschaut. Denn Fernseher abzufilmen ist immer so eine Sache mit der Kamera. Manchmal wirkt das auch ein bisschen extrem. Also OLED-Fernseher wirken in den Videos immer sehr dunkel. Das ist in der Realität aber auf keinen Fall so. QD OLED-Fernseher werden optisch heller sein, definitiv. Das wird man mit bloßem Auge erkennen, aber nicht so dunkel, wie es in den Videos dargestellt wird. Definitiv nicht. Ja, aber auf jeden Fall, das ist ein ganz großer Vorteil von den QD OLEDs gegenüber den normalen OLEDs. Sie werden deutlich heller sein als OLED-Fernseher. Was QD OLED-Fernseher dank der Quantum Dot Matrix auch im Vorteil haben werden als normale OLED-Fernseher, ist eine bessere Farbdarstellung. OLED-Fernseher generell haben ja schon eine exzellente, reine Farbdarstellung. QD OLED-Fernseher driften ja immer ein bisschen zu sehr in starke Bunte ab. Das ist der Technologie geschuldet. Jetzt wird dies beides effektiv gemischt. Man hat diese etwas knalligere Darstellung der Quantum Dot Technik mit der genauen Helligkeitsansteuerung der OLED-Technik. Das ist ein großer Vorteil, wodurch wir natürlich eine lebendige Farbdarstellung und eine saubere Farbdarstellung erzielen werden als bei den OLED- als auch bei den QLED-Fernsehern. Das ist ein ganz großer Vorteil der QD OLED-Fernseher. Ja, und dadurch, dass wir durch die Quantum Dot Matrix ja noch die Farblichtfilterung haben, haben wir natürlich da auch nochmal einen kleinen Vorteil gegenüber den OLED-Fernsehern, dass hier nochmal möglicherweise eine saubere Farbdarstellung ermöglicht werden kann. Ja, das ist jetzt so, wo ich sage, das sind auf jeden Fall schon mal so Dinge, wo ich sage, wow, okay, QD OLED, das wird ein fettes Ding. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, und die ist sehr wichtig, ist, was ist mit Burnin? Es ist ja, wenn wir uns das richtig zurückerinnern zum Teil dieses Videos, wo ich erklärt habe, was QD OLED ist, haben wir es ja mit einem OLED-Fernseher zu tun, welcher nur mit dieser nicht leuchtenden Schicht eines QLED-Fernsehers kombiniert wird. Und da ist natürlich möglich, dass es vielleicht sein kann, dass diese OLED-Pixel-Schicht einbrennen kann. Also das Thema Burnin ist wieder auf dem Tisch. Ja, also aus der rein technischen Sicht, so wie ich das bewerte, wird es auch da möglich sein, dass es ein Burnin geben kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nochmal deutlich geringer als gegenüber den modernen OLED-Fernsehern der Generation 2020, 2021 und 2022. Das definitiv, da wir hiermit es nur mit den blauen OLED-Pixeln zu tun haben als Hintergrundbeleuchtung. Und die sind sehr, sehr widerstandsfähig und die brennen nicht so stark ein wie zum Beispiel rote OLED-Pixel. Das sollte auf jeden Fall an dieser Stelle gesagt werden. Aber ich halte es für sehr möglich, dass auch ein QD-OLED-Fernseher eine Schattenbildung generieren kann, wenn ein statischer Bild dann halt angezeigt wird. Und dieser sehr, 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 sehr lange, also wirklich über mehrere tausend Stunden, sehr hell leuchten muss. Dass irgendwann an der Stelle die OLED-Hintergrundbeleuchtung anfängt, schwach zu werden. Und an dieser Stelle natürlich nicht mehr so stark leuchten kann wie an anderen Positionen des Bildes. Wodurch es sein kann, dass die Hintergrundbeleuchtung dann Schatten wirft. Das halte ich für möglich. Das kann aber auch effektiv nur die Zukunft zeigen. Aber rein technisch ist das durchaus eine relevante Sache. Ja, wie sieht es jetzt für mich an dieser Stelle jetzt aus, wenn ich mir jetzt das alles so betrachte mit der QD-OLED-Technik? Was machen wir damit jetzt? Kann man jetzt schon sagen, 2022, jo, wir können auf den QD-OLED-Fernsehermarkt aufsteigen. Wir können da quasi reingehen. Wir können uns sagen, wir kaufen uns so ein Gerät. Dadurch, dass ich die Geräte natürlich selbstständig noch nicht getestet habe. Und ich bin ja immer so ein Reviewer, der sagt, ich gucke mir das lieber selber an, bevor ich da irgendwelche anderen Meinungen übernehme. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich versuche da ja immer super neutral zu sein. Aber ich denke schon, wenn ich jetzt so ein bisschen in meine Tech-Glaskugel schaue, dass es durchaus eine Relevanz haben sollte dieses Jahr, was den TV-Kauf angeht bei der Entscheidung. Ob man dann nicht sagt, OLED-Fernseher oder QD-OLED-Fernseher. Dass man dann nicht vielleicht auf den QD-OLED aufsteigt. Sony-Fernseher sind generell keine schlechten Fernseher. Vor allem, was die Farbkalibrierung angeht, was die Bildqualität an solches angeht, sind die ganz, ganz vorne mit dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass Sony da ganz, sehr viele Perfektionen, also sehr viel perfektioniert hat. Sehr genau darauf geachtet hat, dass diese Fernseher ein klares Vorzeigeprodukt werden. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass es für Filmliebhaber auf jeden Fall eine Idee sein sollte, wenn man sich dieses Jahr jetzt einen neuen QD-OLED-Fernseher kaufen oder einen neuen Fernseher kaufen sollte, vielleicht die QD-OLED-Technik mit auf die Liste zu packen zum Vergleichen. Da stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Preisfrage, wie stehen die Preise von den 65-Zoll-Geräten gegenüber normalen OLED-65-Zoll-Geräten. Das ist richtig, da sollte man drüber nachdenken, wie das dann aussieht. Aber wenn man sich die Preise so anschaut von dem Sony A95K, dann steht schon fest, so teuer werden sie nicht. Sie sind immer noch verdammt teuer, ja, aber im Verhältnis sind sie nicht so teuer, was natürlich die Überlegung mitnimmt. Und wenn man, bevor man sich dann aus meiner Sicht einen QLED-Fernseher kauft, dann sollte man sich die QD-OLEDs auf jeden Fall anschauen. Das sowieso. Ja, wie sieht so ein bisschen die Zukunftsprognose aus, aus meiner Sicht? Also ich denke, dass die QD-OLED-Fernseher ganz klar die OLED-Fernseher ablösen werden im Laufe der nächsten Jahre. Da gehe ich von aus, das ist eigentlich schon ein Stein gemeißelt. Das Einzige, was die jetzt noch ein bisschen hindert, da komplett schon durchzustarten von 0 auf 100, ist die Größenvielfalt. Also QD-OLED-Fernseher bekommen wir aktuell nur in 55 und 65 Zoll, wenn wir die QD-OLED-Monitore jetzt mal beiseite schieben. Das sind zwei klassische Größen, die man auch durchaus in den deutschen Wohnzimmern immer mehr findet. Aber es gibt auch 42 Zoll, 48 Zoll und 77 Zoll, 83 Zoll, 85 Zoll, 90 Zoll. Diese Größen, die auch immer mehr Anklang finden auf beiden Seiten tatsächlich, im Gaming-Monitor-Bereich als auch im Großformat-Bereich, die können die QD-OLED-Fernseher noch nicht abdecken. Und das ist natürlich eine Sache, die zu bedenken ist. Und da sollte man vielleicht sagen, okay, wenn man sich wirklich jetzt auf langer Sicht einen Fernseher kaufen will und vielleicht irgendwann einen größeren haben will, ob man dann vielleicht nicht sagt, okay, man lässt ein paar Generationen der QD-OLED-Fernseher noch aus und nimmt dann später größere QD-OLED-Fernseher mit. Meine Zukunftsaussichten ist auf jeden Fall klar. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft die QD-OLED-Fernseher ganz klar die OLED-Fernseher ablösen werden. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn ich meinen AGG-1-Evo-OLED irgendwann mal austausche, dass es durchaus ein QD-OLED-Fernseher werden könnte. Ich werde aber gucken, dass ich dieses Jahr zum Testen definitiv einer der A95K-Gerätes hier ergatter, um für euch natürlich dementsprechend ein Review-Video zu produzieren. Ja, auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ist die QD-OLED-Technik genau das Richtige, was uns passieren kann. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich denke, es war jetzt einfach mal in der Zeit, dass wir hier auf meinem Kanal endlich über die QD-OLED-Technik sprechen und dies etwas detaillierter. Ich habe euch in diesem Video erklärt, was steckt hinter der QD-OLED-Technik, vereinfacht gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, wie stehe ich überhaupt zur QD-OLED-Technik. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu dieser QD-OLED-Technik sagt. Wie steht ihr dazu? Seid ihr vielleicht schon bereit zu sagen, ihr kauft euch dieses Jahr vielleicht schon einen QD-OLED-Fernseher? Schaut euch das mal an oder wartet noch oder habt ihr vielleicht noch Zweifel? Ich bin schon gespannt, was ihr dazu sagen habt und schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentarsektion. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann solltet ihr das kostenlose Abonnieren sowie das Aktivieren der Glocke nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut! Glocke nicht!